ja alle Leute an einem Herzen kommen hier wieder zu Hotsdam Markus L ich höre den Ruf Azubo nein ich will Azubo ich dich doch ich bin dann also ich wollte annehmen an der Schütze Eichhörn war auch werboren alles ich freue das Licht lässt eine Elbe nicht heilt ja oder ich kann auch Prozent nur bei den innen haben den Tänk dann in Duvala ich hätte auch den Neues von das ist kein richtiger Tänk die er hat schon ja wenn er ist besser ihr habt doch beide einen passt doch ihr seid beide Assassinen wenn es nicht besser ist das wär das ist Walla oder so ne er hat doch Rainer passt doch aber Dürer merkt grad nein Dürer hat gemeint Pahos soll Rainer nehmen hat er doch gemacht uuuh das Team von denen sieht schon ziemlich gut aus muss ich sagen LF Level 10 Tages Level Lilith Uweiner wir lost das Game hä das ist eine Rolle was für Level der ist mit einem äh ja wir haben wieder unseren klassischen Jo ich hätte alle Menschen Typen aber das ist ja normal ne da gewinnen kann jederzeit losgehen nisch ja keine Ahnung Jacks auch nicht auf jeden Fall gehen wir jetzt mit dem Output in den Kampf und dann mal schauen was was wird wir haben nämlich die Runde angeblich jetzt schon verloren naja zwei haben wir gewonnen also ich bin jetzt einfach mal positiv eingestellt dass wir die auch gewinnt wobei ich sagen muss Schwarzherzbuch ne die Meppen am meisten Niederlagen ja also von dem her wenn ich jetzt nicht mehr so positiv eingestellt ja ich kann nicht mehr ja erst mal dauern das war hier aber nicht damit zu tun wer jemand schaue wählt das spielt keine Rolle wie man wird sie Teil des Spiels ist oder wie viel weiter ja es ist daran aber auch erst im Ziel mit dem ja und hat halt viel mit ihm gespielt heißt nicht dass er gut spielt hat halt viel Wiener Teil gespielt fast gleich nur dass sie vielleicht andere Fähigkeiten aber sonst sind zeitlich die gleiche Charakteren ne die spielen sich schon ziemlich unterschiedlich fände ich aber naja wir gucken halt einfach mal was die Leute machen und geben mal wieder unser Bestes scheißt du dir oder wer der schlechteste Spieler ja bestimmt wie er mal ja 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 Lasst uns diesen Beobachtungspunkt einnehmen. Hauptsache Uta ist schon wieder der letzte von uns allen, der irgendwo ganz hinten hängt. Stopp. Okay, der ist tot. Super. Wir haben hier oben drei Stück. Komm. Steigen wir euch leer. VorneVIDIA haben wir infant andere. Der take in die Dabats, der hat einen Geräthés, Bye. Der adopter die Dabats, weiß ich nicht. Bei diesen Weg sind wir richtig hoffen. Die Dabats hoch nations ich unterwerfen können. Dann vom Opa Komet übernommen werden. Ok, die haben den oberen Schott schon. Haben wir den unteren? Ja. Also, den Nazebo sieht vielleicht aus. Äh, no. Der hat schönes Leben. Alter, was macht Rayna da? Weiß ich nicht. Pass auf. Äh. Ja, wenn wir gerne holen. Ja. 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 Fuck. Er rennt immer noch hier irgendwo rum. Oh man, sie haben es geschafft abzugeben. Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen. Teilnehmen. Ja. Ja. Ich hab's schon zwei Kräste. Ja. 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 dels seit einer lage nicht vergessen die sind noch zu heavy von also ich habe vier Münzen dabei die werden sich wahrscheinlich gleich auch noch die andere Kiste holen ich weiß nicht, der Schlaufe hier so gut, ich habe sechs Stück so, ok, jetzt kommt die Wurft haha, jetzt kommt Leben in diese Bude also dann feuert ihr Lichtnutzer nicht aber ich habe das hier, so meine was ist der Schlaufe was ist der Schlaufe der ist abgemurzt direkt zurück Aus dem Weg! Zu dem Mordet! Wir sollten diese Stelzellager einnehmen. Mann, das macht Spaß! Ich hab zwei Gegner angetan. Ja, da war euer Gegner wohl schneller. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Sonst packe ich deinen Schädel in die Knochen vor, der es nicht wieder aufsteht, gut geklappt. So, wir geben direkt hier die Münzen ab. Wir sollten dieses seltene Lager einnehmen! Himmels Nehmen! noch holen reich aber praktisch immer das wir haben noch vier dabei das ist wohl schön das reicht jeder wegen einem nicht warum jetzt wenn jetzt kein wieder von hinten könnten ich hoffe ihr habt Lust auf einfach Scheiße Kameraden ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Oh ne, der hat nicht verklickt, der wollte dich rein und nicht mich. Der hat nicht wieder aufsteckt, oder an meinen, wenn wir es an können. Oh, ja, oh, jetzt. Wenn ich jetzt abgebe, haben wir es endlich. Ich versuch's schon die ganze Zeit. Ja. Wir sollten diese Söldnerlage einnehmen. 20 Sekunden bis ich lager hier A-Taters. Komm her. Komm hoch. Ja, ja, ich komm her schon, aber... Ich dachte, du wolltest unten. Oh, die haben das untere Lager gemacht. Die Mongos. Okay, das legt auf. Ja. Ja, jetzt zieh ich wieder ne schöne Show ab. Ja, jetzt zieh ich wieder ne schöne Show ab. Ich hab' die Gäste bezahlt hätte. Feuer frei, ihr Nichtsnutzer. Toll. Die Gegner haben abgegeben. Egal. Wir müssen dafür nicht abgeben, um sowas zu verrichten. Ich hab' die 2, 2, 1, 2, 2... Ja, ich hab' die 3, 3 ... Schade, dass mir das nicht entgangen ist. Worauf warten wir? Zettel. Wir sind alle Starzels. Keine Schatze! Der Starz ist da vorhanden! Held! Abgenommen! Ja, das können wir auch gemacht. Held der Sturm! Oh, oh. Da ist er. Roti. Das hat sich ja wehgetan. Der ist kein Talent! Davy Johnson, nasses Grab, erwartet euch! Oh man, der C-60 einfach. Oh fuck, kein Problem. Alle Kanonenfeuer einstellen! Los! Boah, der hat ein Problem. Auf allem das Gute ist, ich werde so schnell wieder gegen geheilt. Ja, jetzt schreibt er wieder, oh, ich bin der Beste. Ich hasse solche Leute. Okay. Gut gemacht! Ey, Ufer ist der Beste. Ja, er selber ist Ufer. Ja, er ist alles selber. Okay. Trotzdem. Jetzt gehe ich. Ciao, ciao, ciao. Alter. Boah, der Typ ist immer noch von mir weg. Ich muss mir mal Ammo holen, Alter. Ammo, noch mal nicht. Ammo. Ich bin nicht am Ammo. Na, ich bin schon mit Ammo an. Ja. Ich glaube, sie haben genug. Geil. Geil. Das bringt dir nichts. Geht doch was zu jesig. Au. Was ist der Beste? Ah, shit. Was? Das ist schon besser. Ja. Joana hat er ziemlich gut gegeben, grad. Also ich dachte, du bist verreckter oder so. Ne, ne, ne. Aber pass auf, hier rennt immer noch der Unsichtbarer rum. Zerto ist tot. Aber irgendjemand war hier noch. Ja, nicht sonstigbar. Dann mal los! Wir sollten dieses selten Lager einnehmen! Alter. Ja, wir sind ja unterwegs. Was für ein Fahrer da? Er verrät uns. Warum hab ich eigentlich kein... Halt hier, Alter. So. Ja. Let's get. Ich muss tanken. Also, ab geht die Post. Oh, ne. Neee. Ich habe das Problem. E-Mods. B-b-b-boss-Aura. Wer hat das gesehen? Ich schon, als er mich angegriffen hat, aber das war auch das Letzte, was er getan hat. Vor allem ich Rack halt so schnell als Muradin, das ist halt echt geil mit diesem passiven Rack. So, ich hab neun Stück dabei. Ja, reicht. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Zeigt mir, wo's lang geht. Nee, bad game von mir. Weil er halt mit seiner Leistung nicht überzeugt ist. Pfff. Mulde. Jo. Okay, genau. Aber null Tote, ne? Ja, ich hab 31 Kills, null Tote, alter. Das ist schon geil. Die große Kalonen, Feuer frei! Worauf warten wir? Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Das reicht! Wir malochen nicht unseren... Hier steht alle im Weg. Duplo Meister. Dafür hat er jetzt echt seine Ulti verbraucht. Hier. Oh! Oder... Also... Jetzt hab ich schon. Alter! Weg, 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 weg. Weg. Weg zurück. Spürt den Zorn der Himmel. Zeig mir, wo's dann geht! Jetzt alleine. Ja, ich weiß. Aber die sind nur zwei Standard-Dings, die beide kein Leben haben. Du kennst Muradin. Es joggt den halt nicht, wenn der da alleine gegen die beiden ist. Dann kommt Boss wieder. Eine Minute dreißig. Das ist mein Spiel, wo wir quasi nie auf den Lanes gespielt haben, ne? Also dann! Ne. Ja, so geht's jetzt eigentlich. Ja. Hast du was tot? Ja. Sehr tot. Von ihm. Ne, machen wir Ding. Vor, oder nicht? Wir werfen mit, äh, hier? Also ich find die Citadelle jetzt wichtiger als... Was sag ich jetzt, na? Ja, ich mir wasch das mal. Digga, ich bin Tank. Aber jetzt gehen wir. Okay. Ihr denkt, ihr könnt beide Ton öffnen, ihr Süßwassermatrosen? Haben wir Zerratol? Yes. Seid einfach Gnochen zurecht. Okay. Wir beenden's mit Boss. Aber zuerst hole ich mir... den Master hier. Ah, genau. Ja. Alter. Der wird nicht wieder aufstehen. Der wird nicht wieder aufstehen. Von dem Lohnen. Warum Pirate? Mach einfach. Alter, das ist so dämlich. Und jetzt den Bossmann haben wir gewonnen. Und die einfach Boss. Die haben nur zwei Dinger. Was wollen die mit zwei Münzen machen? Markus, die haben im ganzen Team zwei Münzen. Das ist dämlich. Sie gehen doch jetzt vor das Tür, Mann, ey. Alles töten. Ich bin jetzt drauf da. Fuck off. Ihr habt jetzt schon den Boss-Mode mit einem Gangbang gefangen. Falschloch. Falschloch. This is a gangbang. Der Betankliche sogar sein Team. Weil er scheinbar der Meinung... Er scheinbar der Meinung, dass er schlecht gespielt hat. Alles klar. Yes, das Heldenporträt für Muradin freigeschaltet. Ja, weil das OP immer noch... Muradin. Herr Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal als einer weiteren Folge. Wir haben jetzt acht Spiele gespielt. Vier Stück gewonnen. Eine 50%-Quote kann man sich jetzt noch nicht so beschweren. Also scheint es so, als würden wir so langsam wieder zurück ins Spiel finden. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Servus und ciao. 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 Marina 2019